Dann kommen wir zu dir, Christoph. Erzähl doch kurz deinen Hintergrund und wie gesagt, du bist ein langjähriger Weggefährte von Rüdiger Dahlke. Wie kam das alles so? Jetzt bei der Zugfahrt hierher habe ich einmal nachgerechnet, vor genau 20 Jahren sind wir uns das erste Mal begegnet, Rüdiger und ich. Ich hatte damals eine Handelsfirma, die Nahrungsergänzungsprodukte vertrieben hat und wir haben ihn begleitet auf seiner Vortragstour in Deutschland und Österreich mit einem Produkttisch und das ist so über vier, fünf Wochen gegangen circa und an all diesen Abenden habe ich ihm ehrfürchtig gelauscht bei den Vorträgen, fast jeden Vortrag zugehört und mich hat das einfach sehr fasziniert, wie er die Themen, die die Menschen bewegen und die eigentlich jeder wissen sollte, auf den Punkt bringt und vermittelt. Und da hat sich auch schon so ein bisschen eine Freundschaft entwickelt und ich habe dann gleich den Ball aufgenommen und mit ihm gemeinsam eine Ausbildung ins Leben gerufen, zum Trainer nach den Säulen der Gesundheit, Gesundheitstrainer nach den Säulen der Gesundheit und das war also unsere erste Kooperation. Und das gab dann im Laufe der Zeit weitere und gemündet ist das Ganze vor fünf Jahren in der Gründung, der gemeinsamen Gründung der Akademie Talke, wo es eben auch darum gegangen ist, ein Seminar, das der Rüdiger dann nicht mehr halten wollte oder das im Auslaufen war, wieder neu aufzufangen und wo es darum gegangen ist, eben diese Grundgesetzmäßigkeiten wie Resonanz, Polarität, Schatten, Archetypen, Wahrnehmung, Projektion in einer sehr lebendigen und auch teilnehmerorientierten und auch involvierenden Weise an die Menschen zu bringen. Und da gründeten wir mit ein paar anderen Trainern, die, also auch bei Rüdiger in der Ausbildung waren, die Akademie Talke. In Graz. In Graz, ja genau, die aber dann auch in Deutschland und Schweiz gewirkt hat. An 15 Orten wurden dann diese Seminare abgehalten. Und ja, und da war einfach die Aufgabe, wie stelle ich die Verbindung her zwischen diesen sehr hoch stehenden Gesetzmäßigkeiten und den Bedürfnissen der Menschen, die einfach im täglichen Leben Probleme haben. Wie bringe ich das Polaritätsgesetz in die Beziehung oder verknüpfe es mit der Beziehungsproblematik oder wie die Wahrnehmung mit der Berufsproblematik. Das war die Herausforderung und die im Rahmen dessen hat sich dann eben auch das Modell der vier Seiten der Medaille entwickelt. Noch kurz zu dir, du bist ausgebildeter Coach und Trainer auch, ich glaube, das hast du nicht gesagt. Ja. Okay. Ja, dann kommen wir doch gleich zum Thema des Buches. Vielleicht vorab, was ist das Ziel eigentlich dieser vier Seiten der Medaille? Es ist eine Methode, mit der man zum Beispiel Stress abbauen kann, Probleme lösen. Was kann man noch damit machen? Ja, also die Erfahrung aus den Seminaren und aus den vielen Einzelcoachings zeigt einfach, dass jemand, der kommt, mit einem Thema, das emotional geladen ist. Wir werden heute den Begriff Ladung noch öfter hören. Es geht also um negative emotionale Ladung, die besteht auf irgendeinem anderen Menschen oder besser dem Verhalten eines anderen Menschen oder auf einem eigenen inneren Thema. Also irgendwas, was nervt. Irgendwas, was nervt, genau. Man würde einfach sagen, nervt, stresst, was einfach nicht passt. Und was man weghaben will. Und dann lernt man halt recht schnell, dass das weghaben wollen ja auch eine Strategie ist, die nur kurz greift. Also es geht eh ums dann anschauen, hinsehen. Und die vier Seiten der Medaille ermöglichen eine sehr bewusste und auch weitergehende Betrachtungsweise eines Themas. Und dadurch entsteht automatisch immer sowas wie Entspannung. Durchs Hinsehen und durchs Annehmen dessen, was ist, entsteht sowieso viel. Das weiß auch jeder Coach. Man muss einfach mal auch hinschauen und das nicht um den heißen Brei herumreden, sondern mal wirklich den Blick drauf werfen und auch mutig einmal ein Thema angehen und anpacken. Und dann entsteht schon dann mal sowas wie ein Gefühl, ja, okay, das traue ich mir jetzt zu. Und dann bekommt man noch eine Methode in die Hand, wo man aus verschiedenen Blickpunkten das Thema anschauen kann und wo sich dann sowas wie ein, also die Erfahrung zeigt, es stellt sich sowas wie innerer Frieden oder Gelassenheit oder ein entspannterer oder bewussterer Umgang damit ein. So heißt ja auch der Untertitel des Buches, wie man es zur wahren Mitte findet, das wäre dann die Mitte. Ja, sehr schön gewählter Untertitel. Und es geht auch wirklich um die Mitte und vielleicht kann man bei der Gelegenheit auch schon sagen, dass die Mitte, es könnte noch ein weiteres Buch geben, das heißt die Mitte ist nicht fad oder so. Also da geht es einfach auch darum, dass man nicht glaubt, wenn man jetzt in der Mitte ist, dass man dann plötzlich entrückt ist von all den Themen, die das Leben auf einem zuspielt, sondern ganz im Gegenteil, man nimmt einfach aus der Mitte heraus die Dinge viel bewusster und klarer war und ist auch in der Entscheidung, in welche Richtung bewege ich mich jetzt aus der Mitte heraus und wie gehe ich was an in einer Zurückhaltung oder in einer bewussten Aktion, dann bin ich einfach viel freier in meiner Wahl. Das heißt, ich höre, wenn es gut läuft auf, Opfer zu sein dessen, was mir da passiert oder auch von den Emotionen, die mich da eventuell überschwemmen und ich komme in eine ruhigere Zone, aus der ich mehr Entscheidungsfreiheit habe. Heißt aber auch nicht immer, dass ich entscheiden muss, weil es gibt ja auch zur Entscheidung die Nichtentscheidung als Gegenpol, also das Warten oder das Abwarten oder das Laufen lassen oder das Lassen und es geht einfach darum, auch bewusst zu entscheiden, entscheide ich jetzt oder lasse ich sein. Also auch die Entscheidung ist letztlich eine Entscheidung natürlich. Medaille ist ja eigentlich das Ursymbol für Polarität, oder? Also da redet man ja oft davon, das ist die Kehrseite der Medaille und ich glaube, es gibt so oft zwei Möglichkeiten, also die eine ist, ich habe was Schlechtes und will das unbedingt loswerden und möchte auf die andere Seite oder ich habe was Gutes und das möchte ich behalten und dann die Kehrseite. Und dann kommt die Kehrseite. Die brauche ich dann eigentlich nicht, aber wahrscheinlich kommt sie von selber. Ja, genau wie du sagst, also die Medaille, wir haben natürlich auch bewusst den Titel dieser Methode ein bisschen in die Richtung gewählt, dass es schon wo ankert, das heißt zwei Seiten der Medaille kennt jeder, vier Seiten ist für viele noch etwas Neues, ich hoffe bald nicht mehr, aber das haben wir bewusst gewählt, aber bevor ich auf die zwei Seiten komme, möchte ich auch die Medaille als Symbol des Kreises noch einmal vergegenwärtigen, weil die Medaille ist ja rund im Normalfall und eine runde Erscheinungsform ist ja ein Kreis und in der Mitte kann man sich den Punkt vorstellen, wie bei einem Wagenrad. Also in der Mitte ist es recht ruhig und außen herum dreht sich es immer schneller, so kann man auch sagen, wenn man ganz zentriert in sich ist, ist es auch eher die Ruhe, wenn man mehr hinausgeht mit den Gedanken, mit den Emotionen, mit den Wahrnehmungen, dann ist es dort turbulenter. Und man könnte auch, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gewagt, das hier in kurzer Zeit darzustellen, weil wer kann schon wirklich die Einheit erklären, weil sie ist eben an sich unerklärbar, weil für eine Erklärung braucht es immer einen, der erklärt und etwas, was erklärt wird. Und in der Einheit ist es einfach eins und ein Beobachter und ein Beobachtetes, was es auch nicht gibt in der Einheit, das ist halt immanent, alles in der Einheit liegend. Aber der Kreis rundherum, den könnte man so sehen wie eine Projektion. Also wenn man sagen würde, die Einheit hat auch irgendwann einmal projiziert, nach außen, sich selbst nach außen projiziert, in eine wahrnehmbare Form gebracht. Dann wäre also der Mittelpunkt des Kreises nach wie vor so ein Symbol für die Einheit und der Kreis selbst wäre quasi die Manifestation aller Potenziale oder aller Möglichkeiten, die in der Einheit liegen. Und definieren tut es sich auch so, dass auf dem Kreis jetzt dann Milliarden von verschiedenen Segmenten und Pünktchen sind, die dann aber wieder eben durch die Mitte hindurch einen Gegenpol haben. Und somit kann man in diesem Beispiel sagen, also die Einheit als Punkt bläst sich kurz auf in den Kreis und plötzlich gibt es lauter Gegenpole. Also das ist sozusagen auch das Spannungsfeld zwischen dem Mittelpunkt und dem Kreis rundherum. Und wir leben im Kreis und sind aber trotzdem zugleich auch im Mittelpunkt. Das ist schon sehr philosophisch und eigentlich auch der Ursprung von Religion, was auch immer, da ist man schon tief drin. Aber wir wollen ja praktisch sein. Genau, also wieder erden das Ganze ein bisschen und schauen uns an, was wir mit dem Wissen um Einheit und Polarität anfangen können. Genau, und dann sind wir bei den zwei Seiten der Medaille. Genau, danke für den roten Faden. Die zwei Seiten der Medaille wird halt klassisch bezeichnet als etwas hat etwas, was man zum Beispiel anstrebt. Also Reichtum, Lottogewinn strebt man an, hat aber eventuell auch seine zweite Seite oder seine Schattenseite. Da kommen wir auch dann schon in den Bereich des Schattens, weil mit so viel Geld muss man auch einmal umgehen können. Und dann kommen auch die Neider und dann gibt es ja so ein Buch über die größten Lottomillionäre der Zeit, die, ich glaube, 90 Prozent haben wieder alles verloren. Also hat das ja wohl auch dann eine Schattenseite. Das ist irgendwie interessant, wenn ich dir auch so zuhöre. Man merkt immer gleich, dass man sich mit der anderen Seite eigentlich nicht so befasst. Nein, gar nicht. Also ich denke auch nicht, dass die Lotto-Spieler sich vorwiegend mit der Schattenseite befassen. Zunächst kommt einmal die Vorstellung. Jetzt würden sie auch gar nicht Lotto spielen, schätzungsweise. Vielleicht, könnte sein. Oder wären schon wieder ein Dreier- oder Vierergewinn zufrieden. Ja, also das zeigt einfach auf, dass die Polarität oft dann eben eine Wertung beinhaltet. Also beinhaltet. Das heißt, man möchte halt gerne auf einer Seite verweilen. Und dazu gibt es ein ganz einfaches Beispiel, das Ein- und Ausatmen. Also wer glaubt, er kann nur einatmen, soll es einmal probieren, eine Minute lang. Und wer glaubt, er kann nur ausatmen, soll das probieren. Und dann ist man am Ende dieser Minute sehr froh, dass es den Gegenpol gibt. Also das ist neutral. Da wertet die Natur nicht. Ist das jetzt besser oder schlechter? Ja. Und das Beispiel kann man sich gut vergegenwärtigen, weil dadurch ist immer klar, dass das Einatmen und das Ausatmen oder der Einatmen und der Ausatmen gleich wichtig sind. Ja, da komme ich jetzt eigentlich nicht auf die Idee, dass ich nur eins haben will. Aber das tut es anscheinend nicht so oft so. Ja, genau. Aber wenn man eben sehr in der einen Seite ist, dann hilft das wirklich ganz schnell einmal zu sagen, okay, die Natur hat schon oder die Schöpfung hat schon so geplant, dass beide Seiten wichtig sind. Wir haben ja noch ein paar Beispiele. Ja, wir haben ein paar Beispiele mit. Also da möchte ich mich jetzt auch gleich direkt an die Teilnehmerinnen des Webinars wenden. Wir haben ein paar Beispiele mitgebracht. Und die Aufgabe ist ja heute auch ein bisschen mitzumachen. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal einen Begriff in die Kamera halten. Und da steht dann ein Begriff drauf, der eben ein klares oder ein ziemlich klares gegenpoliges Gegenteil hat. Und das ersuche ich einmal zu erraten oder zu entdecken, was das von diesem Begriff sein kann. Hier steht kalt und da würde wahrscheinlich die meisten sagen, ja, da gibt es ein klares Gegenpol, einen klaren Gegenpol dazu, das wäre dann warm. Oder heiß. Oder heiß, genau. Und da kann man dann eben schon, da kann man anhand dieser zwei Begriffe, kann man vielleicht feststellen, dass das so ziemlich stressfrei ist, wenn man hört warm und kalt. Und das sind halt zwei Gegebenheiten, die in der Natur so vorkommen und die jetzt wertungsfrei sind. Wenn ich allerdings auf einer Skihütte im Winter bin und das Plumpsklo ist zehn Meter weiter weg von der Hütte und ich muss rausgehen und vergesse den Schlüssel von der Hütte und die ist zu und ich bin ganz allein bei minus 20 Grad, dann wird halt auch kalt schon nicht mehr als so wertfrei empfunden werden. Und dann hätten wir es halt wahrscheinlich lieber warm. Und wenn dann das Gleiche mit dem Schlüssel passiert in der Sauna und man ist dort eingesperrt, dann will man halt lieber in die andere Richtung. Also selbst diese harmlosen Begriffspaare, wo jeder sagen kann, ja, das ist gleichwertig, kann dann, wenn man mit der Situation zu tun hat, schon wieder einen aus der Mitte bringen. Ja, das nächste wäre dann auch so ein einfacher Begriff. Hoch und da passt natürlich dann tief ganz gut dazu. Wird auch so abgehackt, ja, ist Polarität, passt gut. Aber wenn man ganz tief am Boden liegt zum Beispiel, jetzt im psychologischen Sinne, dann will man natürlich gerne wieder da her. Und das könnte man sagen, ja, ein Kätzchen, was am Baum ist und da sich ganz hilflos fühlt, ganz weit oben, das möchte dann halt wieder runter. Also von dem her hängt es auch immer wieder von der Situation ab. Ob wir diese an sich harmlosen Begriffe noch als harmlos für uns selbst empfinden. Ja, wir haben dann weiter überlegt, was auch was ist. Bewahren, da können die Teilnehmer schon auch überlegen, was würden sie als Gegenpol zum Bewahren selbst wählen. Selbst einmal mit. Ja, muss man ein bisschen mehr nachdenken. Könnte man schon ein bisschen mehr nachdenken, ja. Vielleicht auch die, die gerne bewahren und sammeln und schwer beim Loslassen sind, denen fällt vielleicht eben, das Loslassen war dann schon der Hinweis eigentlich. Wir haben uns entschieden für Weggeben, Bewahren und Weggeben, als Gegensatzpaar. Also das heißt, es gibt auch eigentlich extrem viele Begriffe, wo man eine Weile mal nachdenken muss, was ist denn da jetzt das Gegenteil? Genau. Das könnte dann auch in dem Prozess später passieren, wenn man ein Thema hat. Also je verstrickter man in seiner Geschichte ist, die zum Beispiel, gehen wir es einmal umgekehrt an, ja. Wenn jemand irgendetwas weggeben musste, was ihm extrem wichtig war und immer wieder was weggeben musste, ja, dann kann sein, dass das Bewahren als Variante, als Möglichkeit schon gar nicht mehr so wahrgenommen werden kann. Oder wenn jemand ganz ein starker Bewahrer ist oder eine Bewahrerin, dann ist vielleicht das Weggeben einfach schon sehr außerhalb der Reichweite der Möglichkeiten, ja. Dann blickt man dort vielleicht schon als Gegenpol gar nicht mehr mehr hin. Das heißt, man lebt vielleicht nur mehr den einen Pol, ne. Man gibt dauernd weg oder man bewahrt dauernd, aber dieses Spiel der Polaritäten fällt einem dann vielleicht schon schwer, ne. Das wäre ja so ein blinder Fleck. Genau. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass viele sagen, ja, Bewahren weggeben ist für mich kein großes Problem. Aber wenn man dann den Keller ausräumt, dann spätestens dort wird es dann schon persönlich, ne. Ja. Und dann betrifft dann das und dann entsteht auch schon Ladung und was behalte ich jetzt, was gebe ich weg? Na, in keinem Fall, weil das hat ja die Erinnerungen. Und da bin ich froh, wenn es weg ist, mit einem Ritual verbrennen, gar kein Problem. Aber wenn das ganze Haus abbrennt, dann ist die Frage, wie schaut es dann aus mit der Lockerheit vom Weggeben. Ja. Ja, genau. Und dann gibt es schon Begriffe, die vielleicht mehr Ladung mit sich bringen oder wo vielleicht der eine oder andere, der jetzt zusieht, auch sich manchmal so fühlt, hilflos. Und da auch die Bitte einmal nachzudenken, was könnte hier das Gegenteil sein von hilflos. Fällt sofort was ein oder fällt es schwer, dass einem hier was einfällt? Wehrhaft wäre vielleicht auch das Gegenteil. Genau, sicher. Also hilflos ist ja dann mehr der passive Pol und wehrhaft in die Wehrhaftigkeit zu gehen. Genau. Wir haben uns entschieden, da als Begriff souverän zu sehen, einfach auch keine Hilfe zu benötigen. Wenn man souverän ist, braucht man jetzt keine Hilfe. Genau. Und deswegen ist das auch ein gutes Gegenpolpaar. Ja, also vielleicht hat das schon ein bisschen gezeigt, dass die Polarität im Grunde von den Menschen immer so abgenickt wird. Ja, gibt es halt. Ja, klar. Man muss ja alles seine zwei Seiten haben. Oder logisch, dass es zu allem ein Gegenteil gibt. Aber wenn es einen dann selbst zu betreffen anfängt, dann ist halt die Tendenz hier zu sagen, der andere Pol soll besser nicht sein. Und wenn ich dem versuche, die Existenz zu entziehen, dann verdränge ich ihn in das Reich des Schattens, stecke ihn in die Dunkelkammer. Und dort stärkt er sich und stärkt er sich und irgendwann bricht die Tür auf und er kommt halt raus. Und darüber kommt man jetzt zu den vier Seiten der Medaille oder über den Schatten. Genau. Ja, weil du Schatten sagst. Also Schatten ist natürlich auch in Rüdigers Büchern. Er hat ja ein Buch ganz konkret nur dem Thema Schatten gewidmet, das Schattenprinzip. So auch als Nachfolgebuch der Schicksalsgesetze. Da geht es einfach konkret darum, was ist der Schatten. Und ganz kurz kann man vielleicht sagen, Schatten ist halt alles, was uns unbewusst ist oder was nicht im Lichte des Bewusstseins ist, aber eben auch alles, was wir dort wieder hin zurückstecken. Jedes Talent, was man eigentlich hätte leben sollen, was man nicht lebt, sperrt man in die Schattenkammer. Und jede Fähigkeit, die man eigentlich leben sollte, nicht lebt, auch dorthin. Deswegen ist im Schattenreich nicht nur das, was wir als negativ empfinden würden, sondern auch viel positiver Lichter-Schatten. Also Potenziale, die noch gelebt werden wollen oder Eigenschaften, die wir noch im Laufe des Lebens lernen sollen. Das ist wieder die Polarität im Schatten. Auch im Schatten natürlich wieder die Polarität. Genau. Wir haben wahrscheinlich kennen viele, die jetzt zuschauen, das Buch auch kurz mitgebracht. Da steht das alles genau drin. Ja, vielleicht, weil da noch ein Begriff liegt, mit dem könnte ich erklären auch ein bisschen so die Schattenverdrängung oder das Entstehen. Sollen wir das machen? Die Entstehung jetzt der vier Seiten der Mitte? Ja, also beides zugleich. Also wir können mit dem Beispiel Rücksichtslosigkeit, könnten wir beides zugleich erklären. Also wie Schatten entsteht und wie man daraus auch, also wie man über den Schatten hinaus in die vier Seiten kommt. Das Thema wäre Rücksichtslosigkeit. Da gibt es sicherlich auch Assoziationen dazu, denke ich einmal, bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Rücksichtsloses Verhalten heißt eigentlich auch im Hinblick auf die Bedürfnisse, dass die Bedürfnisse eines anderen ignoriert werden. Und ich schätze auch, das ist etwas, was man jemand anderem zugesteht und selten sich selber. Genau. Andere sind rücksichtslos. Danke für den Hinweis. Natürlich sind die anderen rücksichtslos. Und ich leide darunter. Dann wäre es sozusagen auch ein Stressthema hier. Und demgegenüber würde dann die Rücksichtnahme stehen. Und ich halte es jetzt schon einmal bewusst so, weil hier sind dann auch schon die Ziffern der Felder drauf vermerkt mit 1 und 2. So arbeiten wir uns schön langsam in die vier Seiten. Entstweilen ist es aber noch ein klassisches gegenpoliges Paar. Und wie entsteht jetzt hier zum Beispiel Schatten? Wenn jemand sich besonders rücksichtsvoll verhält, weil er oder sie zum Beispiel Rücksichtslosigkeit erfahren hat, vielleicht auch sehr extrem erfahren hat, dann wird die Person natürlich versuchen, diese Rücksichtslosigkeit aus dem Leben rauszubekommen. Und wird vielleicht eben sehr rücksichtsvoll versuchen, sich zu verhalten und wird auch akzeptieren, dass was immer sozusagen Personen an sich herantragen, dass sie da Rücksicht drauf nimmt. Also da sieht man schon die Richtung dann. Je mehr ich dann darauf Rücksicht nehme, wie es den anderen geht, umso mehr vernachlässige ich vielleicht meine eigenen Bedürfnisse. Also bei der Rücksichtnahme geht es natürlich im konstruktiven Fall darum, wirklich die Bedürfnisse der anderen zu achten. Aber im destruktiven Fall oder im Extremfall geht es dann eben so weit, dass ich auf alles, was alle anderen von mir wollen, Rücksicht nehmen, uns allen recht mache und selber meine Bedürfnisse vernachlässige. Und somit würde ich dann die Rücksichtslosigkeit, die jetzt ich nicht haben will, würde ich jetzt wegdrängen, weil ich will ja nicht rücksichtslos sein. Das heißt, ich biete auch niemandem die Stirn, ich bleibe auch bei der Rücksichtnahme und verdränge damit die Rücksichtslosigkeit in diesen Schattenraum. Und jetzt kommt aber die Rücksichtslosigkeit aus dem Schattenraum, der jetzt mein innerer Raum geworden ist, wieder zurück, weil ich mir selbst gegenüber damit rücksichtslos geworden bin. Also ich habe ja meine eigenen Bedürfnisse rücksichtslos behandelt. Und das zeigt dann der Körper, meist rücksichtslos oder andere Gegebenheiten. Oder es kommt eben Rücksichtslosigkeit vom Außen wieder herein, dass die mich erinnert, sei doch nicht so rücksichtslos zu dir selber. Und das wäre sozusagen die Verdrängung der Rücksichtslosigkeit, die dann aber als Schattenbereich durch die Rücksichtslosigkeit meiner eigenen Bedürfnisse gegenüber wieder zurückkommt. Also man sieht, man wird das Gegenteil einfach nicht los. Man wird das Gegenteil sicher nicht los. Und damit man eben in die Falle nicht tappt, führen wir jetzt eben den dritten und den vierten, die dritte und vierte Seite dazu ein. Soll ich das halten für dich? Ja, wenn du das hier hältst. Ja. Super. Dann würden wir uns jetzt, also wir gehen durch die vier Seiten immer anhand einer gedachten Lemniskate, also einer liegenden Acht. Das heißt, ich gehe von der Eins in die Zwei, dann zurück hinunter in die Drei, dann wieder rauf in die Vier. Da zeigen wir nachher auch so ein Schaubild dazu, dann könnt ihr euch das noch besser vorstellen. Genau. Dann würde, was aus dem Beispiel vorher schon klar geworden ist, würde jetzt die destruktive Seite der Rücksichtnahme die Selbstaufgabe sein. Das heißt, wenn ich immer nur Rücksicht nehme auf alles, dann gebe ich mich eigentlich selber im Worst Case. Also das sind natürlich immer Extreme, die man da aufzeigt, gebe ich mich selbst auf. Ja. Und das führt uns dann bei der Rücksichtslosigkeit, wenn ich dich ja suchen darf, das auch noch dazu zu halten. Mehr geht dann nicht mehr. Entschuldige, jetzt war ich falsch, das Feld 1 ist ja unten. Genau. Genau. Doch, das kann ich auch noch halten. So, na das geht schon, die zwei, die schaffe ich gerade, würde ich dann eben hier zum Beispiel in die Durchsetzung gehen. Das heißt, rücksichtslos muss ja nicht jetzt nur negativ sein, sondern rücksichtslos heißt einfach auch, dass ich nicht in jedem Moment auf alle 100.000 anderen Stimmen höre und darauf Rücksicht nehme, sondern auch einmal wirklich sage, jetzt ist nicht Zeitpunkt zu sagen, ich bin immer beeinflusst von dem, was andere wollen, sondern setze einfach auch einmal was durch. Und das ist noch immer von der Qualität her rücksichtslos. Und das ist noch immer von der Qualität her rücksichtnehmend. Und das ist einfach wichtig, dass man erkennt, dass die Qualitäten gegenpolig sind. Also wir hätten hier den einen Pol, hier den anderen. Und dass es aber in jeder Qualität immer ein destruktives Verhalten gibt. Das wäre die untere Achse. Und ein konstruktives, das wäre die obere. Ideal wäre natürlich, wenn man zwischen diesen beiden wählen könnte. Zwischen den beiden oberen. Natürlich, weil das sind die konstruktiven Formen. Aber da besteht auch wieder die Gefahr, dass man eben die destruktiven Formen in den Schatten drängt. Und das schauen wir uns vielleicht später noch an, weil das ist sozusagen schon die hohe Schule der vier Seiten oder auch der Polarität. Weil ja auch hier Polarität besteht zwischen destruktiv und konstruktiv. Spannend. Und doch komplex eigentlich. Genau. Also damit, glaube ich, hat man schon einmal so den ersten Schritt in dieses System sind wir jetzt einmal gegangen. Jawohl. Und jetzt machen wir das praktisch. Okay. Oder? Das heißt, du coachst mich einerseits und gleichzeitig unsere Zuschauer zu Hause. Genau. Mit einem Thema. Ja, also wir haben uns in der Vorbereitung überlegt, dass es schön wäre, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dem Prozess folgen können. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist eben, uns zuzuhören und zu schauen, was unser Prozess ist. Und die andere, zu der ich mehr einladen möchte noch, ist, das selbst zu Hause mitzumachen. Und dazu haben wir auch vorbereitet, wie der Prozess abläuft. Das ist so ein vierstufiger Prozess. Vielleicht kann man das inzwischen einmal einblenden. Da geht es im ersten Schritt des Prozesses darum, einen klaren Begriff zu finden. Weil ohne klaren Begriff können wir nicht in den Prozess gehen. Solange es eine Geschichte ist, solange es eine Erzählung ist, können wir die nicht in die vier Seiten bringen. Wir brauchen einen Begriff. Genau. Was ist mein Problem? Was ist dein Problem? Was beschäftigt dich? Das brauchen wir in einem Wort im Idealfall. Oder in einem zusammengesetzten Wort, was dann ein Begriff ist. Dann werden wir auch schauen, mit welcher emotionalen Ladung der Begriff versehen ist. Damit wir auch sehen, ob der für den Prozess passend ist. Und als nächstes schlüsseln wir den in die vier Seiten auf. Und dann gebe es noch die Symbolisierung als dritten Teil und als vierten die energetische Integration. Dazu reicht heute die Zeit nicht. Aber wir werden noch Hinweise geben, wie man das dann umsetzen kann. Beziehungsweise wie man sich des Buches bedienen kann, um da weiterzukommen. Genau, das wäre jetzt einmal so die Überlegung gewesen. Und wir haben uns geeinigt, nachdem ich vor einem Jahr bei dir war, oder vor eineinhalb Jahren, und eben die Idee des Buches, das vier Seiten und Medaille vorgestellt hat, hast du gesagt, machen wir doch gleich einmal ein Thema, was dich betrifft. Und wenn du dich... Das haben wir heute wieder mitgebracht. Wenn du dich drausst, dann machen wir das. Ja. Genau. Okay. Und jetzt wollten wir aber den Teilnehmern auch Zeit geben, zum einen einen Zettel zu holen. Genau. Und auch sich kurz Gedanken zu machen, was ihr Thema sein könnte. Falls ihr das noch nicht gemacht habt als Vorbereitung, dann wäre jetzt der Zeitpunkt zu überlegen, welches Thema würdet ihr gerne bearbeiten, das euch so richtig kneift. Das so ein bisschen wehtut, nicht zu weh, haben wir auch gesagt. Genau. Also diese Begriffsfindung kann man ein bisschen abkürzen, dadurch, dass man sich zum Beispiel die Frage stellt, wo liegt ein Vorwurf? Wo habe ich einen Vorwurf einer anderen Person gegenüber oder auch mir selbst gegenüber? Man wacht vielleicht in der Früh schon auf und denkt sich, ich bin so, was auch immer, unfähig, das zu machen oder so faul oder ich bin so, was auch immer, lustlos oder andere Themen, die man sich selbst vorwirft, wo man einfach gerne selbst anders wäre. Aber es kann sich der Vorwurf auch natürlich nach außen richten und sagen, er oder sie oder der Chef oder der Partner oder wer sonst ist eben so oder so. Das wäre schon mal ein guter Indikator. Also immer, wenn ein Vorwurf mit im Spiel ist, ist er ein guter Indikator für belastende Situationen. Und dann wäre es gut, es wären so Grundbegriffe, oder? Also so wie aggressiv oder nervtötend, unfair. Genau. Oder das sind so Begriffe, mit denen man arbeiten kann. Genau. Also nicht zu schwammige Begriffe. Zum Beispiel könnte man sagen, wir haben es im Buch auch so beschrieben, Politiker. Also ich bin heute in der Straßenbahn neben einem Mann gesessen, der hat furchtbar über die Politiker hergeschimpft. Klar, könnte man sagen, Politiker kann man auch gut in die vier Seiten aufschlüsseln. Es gibt auch ein Gegenteil von Politiker vielleicht. Es gibt dann die konstruktive Form von Politiker sicher auch und es gibt die destruktive Form von Gegenteil. Würde gehen. Aber da muss man sich überlegen, was stört mich an Politiker? Ist es, dass die jetzt so arrogant sind oder dass die über einen hinweg fahren? Also das wäre dann die Missachtung oder ist es die Korruption, die Korrumpierbarheit oder was immer. Da muss man schon genauer reinschauen. Also die Aufgabe wäre jetzt so in der nächsten Minute ungefähr, wo auch die Anja selbst ihre Themen dann schreibt, einmal auf einem Blatt Papier, das braucht noch keine Struktur, auf einem Blatt Papier einmal ein paar Begriffe zu sammeln, die eben diese Situation, die negativ ist, die belastet, beschreibt. Links unten aufs Papier, oder? Nein, eins, zwei, nochmal nur sammeln, auf einem leeren Blatt sammeln. Und dir darf ich auch ein Clipboard geben und du kannst einfach einmal diese Situation, die du da erlebt hast im letzten Jahr oder schon länger, ein paar so Begriffe zusammenschreiben, wo du sagst, die würden die widerspiegeln. Okay. Okay. Und zu Hause ist jetzt auch circa eine Minute Zeit, sich mit der Situation zu beschäftigen, was nervt, was stört. Also ich schreibe jetzt alles, was zu dem Thema gehört. Alles, was zu dem Thema gehört, kannst du einmal aufschreiben. Also ich denke, wenn man so fünf, sechs, sieben Begriffe vielleicht sammeln könnte, wäre schon ganz gut. Das können aber auch Sätze sein oder so. Genau. Ich bin immer XY-Werden. Ja, je mehr du es schon auf den Punkt bringst mit einem Begriff, umso besser für jetzt. Im Grunde in einem ausführlichen Coaching ist genug Platz, die Geschichte auszubreiten. Da können es lange Sätze sein und dann extrahiert man Begriffe. Aber jetzt im Sinne der Straffheit auch dieses Seminars wäre es gut, einfach schon Begriffe zu bringen. Und die sollen alle stressen. Das reicht jetzt, oder? Ja, reicht. Also ich denke, vielleicht reicht auch die Zeit für die Teilnehmer zu Hause. Wenn nicht, könntet ihr ja. Auch im Anschluss könnte man das weiterführen, wenn man dann gesehen hat, wie es geht, oder? Und dann ist jetzt an der Zeit, eine Skala einzuführen, die ja vielen vielleicht schon bekannt ist. Die ist eine Stressskala. Die geht von null bis zehn. Und null würde bedeuten, quasi kein Stress auf dem Thema. Und zehn bedeutet, das ist so traumatisch, dass selbst wenn ich nur daran denke, sofort ich zum Heulen beginnen muss und so weiter. Ja, also das wäre dann zu viel. Und das nennt man es... Entschuldigung, mit so einem Thema würde man in eine Therapie gehen und nicht in ein Coaching, oder? Würde ich vorschlagen, ja. Auch jetzt nicht nehmen so ein Thema. Die Skala, falls man sie hier sehen kann, ist einfach hier in dem Bereich null bis vier. Sind die Themen nicht wirklich interessant, weil sie uns nicht bedrängen oder einfach auch zu wenig Potenzial haben, um da, weiß Gott, was daraus zu lernen. Es ist natürlich schön, dass es viele Themen gibt, die uns nicht bedrängen, ja. Weil sonst, wenn man immer nur in der, von früh bis spät, in dem Bereich der Skala wären, wäre es ja schlimm. Und eben diese Neuner- und Zehner-Themen, also wo wirklich extrem Stress drauf ist, die bitte jetzt nicht nehmen. Und alles, was so zwischen fünf und acht ist, eignet sich einfach sehr gut für so einen vierseitender Medailleprozess. Wobei auch die mit weniger Ladung sich einfach gut als Übungszweck eignen. Aber also ich bin da jetzt schon so in der Mitte. Wenn du da drinnen bist, passt das jetzt für jetzt einmal gut. Und jetzt wäre es eben gut, dass du und auch die Teilnehmerinnen neben die Begriffe, die sie schon gesammelt haben, vielleicht so aus dem Bauch heraus schnell eine Art Bewertung machen, wo steht das Thema ungefähr in der Stressskala. Also wo ist der Begriff beheimatet. Und das kann man, ohne lang zu überlegen, eigentlich recht schnell festlegen. Sechs. Ja. Also wenn ich natürlich in so einer Situation bin, dann kann es auch mal sein, dass das höher schnellt. Aber jetzt, wenn ich hier sitze, denke ich. Und hast du jetzt auch Begriffe, die unterschiedlich sind oder sind die alle ungefähr mit der sechs? Ich glaube, das gehört alles so zusammen. Okay, gut. So. Ja, gut. Gut. Das heißt, dann haben wir in deinem Fall auf jeden Fall jetzt ein paar Begriffe. Möchtest du aus dem jetzt einen wählen, wo du sagst, mit dem möchtest du in den Prozess gehen? Ja, also den obersten. Okay. Empfindlichkeit. Gut. Anja hat einen Begriff gewählt, Empfindlichkeit. Die ganze Situation, die jetzt drumherum ist, die brauchen wir jetzt nicht zu wissen. Es geht aber nämlich an um die eigene Empfindlichkeit. Ja. Ja, okay. Also in Richtung so ein bisschen Überempfindlichkeit. Hm. Hm. Okay. Gut. Dann würde ich jetzt als Nächsten... Das haben schon meine Eltern gesagt, als ich ein Kind war. Die Anja ist so empfindlich. Okay. Das war nicht begeistert, glaube ich. Ja, also es war nicht konstruktiv gemeint. Es war anstrengend. Okay, okay. Ja, so empfindlich. Dann geht es jetzt um Folgendes. Wir müssen nur kurz anmerken, wir müssen, glaube ich, einen Tick schneller sein, dass wir noch ein paar von unseren Zuschauern fragen, wenn wir ihn kriegen. Geht das? Gut. Dann ab jetzt gehen wir in die vier Seiten. Das heißt, die Teilnehmer und auch du sind jetzt aufgefordert, auf einem noch einmal leeren Blattpapier ein Kreuz zu zeichnen. Soll ich das machen? Bitte, gerne. Du kannst das Blatt zur Seite legen und das im Querformat jetzt. Mhm. Einfach ein Kreuz und bei dem Kreuz steht links unten die Eins, rechts oben die Zwei, rechts unten die Drei und links oben die Vier. Das würde dann so ausschauen. Das reicht jetzt für den Beginn. Mehr muss man jetzt nicht wissen. Dann schreibe ich jetzt hier unten die Empfindlichkeit rein. Das habe ich schon gelernt. Und alle, die jetzt zu Hause mitmachen, würden in dieses erste Feld hier unten diesen Begriff hinschreiben, der gewählt wurde. Das ist sozusagen der Stressbegriff. Dieses Feld 1 ist zugleich auch unser Stressfeld. Und was man jetzt hier noch machen kann, ist bei der Anja würde jetzt hier Empfindlichkeit stehen. Und wozu ich dich jetzt noch einladen möchte und auch alle, die mitmachen beim Prozess, ist diese Empfindlichkeit bei dir und bei den Zuschauern, der Begriff, der jetzt hier steht, den noch einmal mit weiteren Begriffen in diesem Feld zu versehen. Aber das, was ich jetzt eigentlich schon gemacht habe. Ja, das kann sein, dass es bei dir jetzt schon das Gleiche ist. Bei anderen war vielleicht noch die Begriffsfindung vorher auf dem Blatt und das ist nichts Gleiche. Und wenn es das Gleiche ist, dann überträgt man es jetzt auch hier. Also es geht darum, die Auswirkungen und die Aspekte, die dieses Stressthema hat, noch einmal darzustellen. Und wenn du da vier, fünf solcher Begriffe reinschreibst in das Feld, dann ist das einmal gut gefüllt. Und dazu nimmt man sich, das möchte ich auch jetzt schon sagen, in dem Prozess natürlich auch viel mehr Zeit. Also es ist die Tendenz, aus diesem Stressfeld gleich herausgehen zu wollen und aus dem gehassten Verhalten oder aus dem sanktionierten Verhalten oder wie auch immer sofort in den erstrebten Gegenpol zu gehen. Diese Tendenz ist ja groß natürlich, weil man möchte ja da raus, aber in dem Prozess hat jedes Feld auch seine Wichtigkeit und braucht auch seine Achtsamkeit und seine Zeit. Und da kann man natürlich jetzt ganz schnell die vier Seiten, wer da schon Experte ist, sagt ganz schnell, dir du empfinde ich, das Gegenüberliegende ist halt das und das Gegenüberliegende ist das und in fünf Minuten bist du auch. Aber man soll sich ja mit dem Thema auch beschäftigen und deswegen gerne auch sich dann die Zeit nehmen im Folgeprozess, den man jetzt mit dem Wissen und mit dem Buch an seiner Seite ja zu Hause weitermachen kann, sich da auch Zeit zu nehmen. Genau. Das ist auf jeden Fall wichtig. Aber wir machen das so jetzt, wie du es nicht gesagt hast. Genau, also wir gehen schneller durch. Wir haben es aber schon mal gemacht, deswegen fällt uns das gleich. Das heißt, die Frage an dich und jetzt auch an die Teilnehmer wäre, was wäre der angestrebte Gegenpol, der dann natürlich positiv sein soll. Also wenn das Stressfeld negativ ist, dann muss ja das Gegenteil positiv sein. Was wäre jetzt sozusagen ein Verhalten oder eine Eigenschaft oder eine Form des Umgehens, die dich erfreuen würde und nach der du dich jetzt sehnen würdest? Also bei mir wäre das Stabilität. Ich habe sogar totale Stabilität auch geschrieben. Ja, wenn es totale ist, dann ist das umso klarer. Also Stabilität. Also im Sinne natürlich von Unempfindlichkeit, Unangreifbarkeit. Also emotionale Stabilität vielleicht auch? Körperlich, emotional, genau. Mich wirft nichts aus der Bahn. Mich wirft nichts aus der Bahn. Was im Gegenpol zur Empfindlichkeit ist, wo du durch alle Dinge schon aus deiner Mitte gerissen wirst. Wo ich dann, genau, öfter mal aus der Mitte gerate. Ja, okay. Also wir sind immer ein bisschen in der Übertreibung natürlich. Okay, totale Stabilität. Das würde sich für dich dann gut anfühlen. Super. Weil da stehst du da wie... Da wird nichts mehr. Wie man of steel oder woman of steel oder so. Und da kann jeder kommen und in dich reinrennen. Da kommt der Sturm. Du bist einfach unverwüstbar, bleibst in deiner Kraft. Genau. Das wäre der angestrebte Gegenpol. Und dieses Feld würden wir dann bezeichnen als das Sehnsuchtsfeld. Also das Feld 2 ist unser Sehnsuchtsfeld. Und ist eben in der Diagonale nach rechts oben, das Feld 2. Ja, dann wäre hier die Stabilität. Oder totale Stabilität. Also wir sind jetzt von hier, hier rauf gegangen. Unten war die Empfindsamkeit, Empfindlichkeit, Überempfindlichkeit mit den negativen Ausformungen und hier in die Stabilität. Und wenn du jetzt in dieses Feld gehst, dann ist auch sehr wichtig, wie beim ersten Feld, wir überspringen das zeitlich ein bisschen, auch sich hier gut einfühlen zu können. Das heißt auch zu sagen, wie fühlt sich denn das für mich an, die Stabilität? Habe ich da ein Bild dazu? Ein Fels. Wie werde ich da sein? Wie ein Fels in der Brandung. Wenn du sagst, ein Fels oder so, dann wäre auch gut, das vielleicht mit einem Symbol schon zu versehen. Also wenn so Bilder kommen, wie ein Fels, ja, ich sehe mich da wie ein Fels. Im anderen Fall, der Empfindsamkeit sehe ich mich vielleicht als ganz was anderes. Dann gerne das Symbol auch schon mit rauf bringen, weil Symbole haben eine starke Kraft. Und die sind manchmal auch sofort beim Hinschauen ganz klar, das ist das Symbol für die Stabilität. Man füllt dieses Feld dann auch aus mit weiteren Begriffen, die eben im Zusammenhang mit diesem Leitbegriff stehen, Stabilität. Gut, das heißt, wir haben einmal die beiden Seiten uns angesehen. Und jetzt ist es sehr wesentlich, zwischen dem Feld 1 und dem Feld 2 einmal die Polarität zu sehen. Weil für viele Menschen ist es erstmals, dass sie sehen, okay, der Empfindlichkeit gegenüber steht dann diese angestrebte Stabilität. Und dann würde ich dir auch versuchen mitzuteilen, dass es das eine ohne das andere nicht gibt. Und dann kommt der Gesichtsausdruck, ja, der dann oft kommt, weil wir eben wie vorher festgestellt haben, dass die Polarität eben einander bedingt. Diese beiden Dinge bedingen einander. Weil wie könnte dieses ganz Stabile sich nicht beeinflussen lassen, existieren, wenn es nicht diese starke Beeinflussung auf der anderen Seite geben würde. Wenn alle nur stabil wären und das gäbe kein Gegenteil, dann würde das die Welt oder die Schöpfung ad absurd umführen. Dann würde nichts mehr passieren. Dann würde auch nichts mehr passieren. Dann sind wir gleich hier unten. Genau. Also das einmal geht darum, das einmal anzuerkennen. Das ist natürlich, je stärker die Ladung ist auf dem ersten Feld, umso schwieriger ist die Anerkennung, dass auch dieses erste Feld im Polaritätenpaar grundsätzlich gleichwertig ist. Wie gesagt, bei Kalt und Warm war es noch leicht, bei Empfindsamkeit oder Empfindlichkeit in deinem Fall und Stabilität fällt es dann schon schwerer. Und da helfen uns jetzt die vier Seiten sehr gut, weil wir uns jetzt auch die Schattenseite dieser totalen Stabilität anschauen und wandern somit in das Feld 3 hinunter. Das nennen wir, steht auch im Buch genau beschrieben, das Feld Schatten im Gold. Also Gold wäre das Sehnsucht. Gold wäre sozusagen das Sehnsucht, das Eldorado. Boah, wenn ich da so stehe, so stabil, dann ist alles super. Und dabei kann ich übersehen, dass das in seiner extremen Ausformung natürlich seine Schattenseite hat. Also das ist eigentlich völlig klar, oder? Stillstand, Stabilität. Dir ist es jetzt klar. Ich kann mich erinnern, vor eineinhalb Jahren war es noch nicht so ganz klar. Aber was lustig ist, mir war es jetzt wieder nicht klar. Ich habe jetzt wieder gemerkt, dass ich da hin will, diese Stabilität. Na gut, dann ist es gut, wenn wir es noch einmal anschauen. Das kann man immer wieder machen. Also du hast Stillstand geschrieben, Stare. Genau. Also man kann sich einfach Stahl vorstellen, das steht halt wirklich steif und starr. Und das kann auch brechen, muss man auch sagen. Also diese Stare kann letztlich auch zum Bruch führen, was natürlich das Flexible auf der anderen Seite weniger leicht bricht. Eine Getreideere oder Getreidehalm, der sich im Wind nicht biegen kann, der wird schneller brechen. Also das ist sozusagen mit die Schattenseite. So, und jetzt kommen wir... Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Von 2 ins Feld 3 hinunter. Da kommt man immer mit dem Begriff überzeichnet, überzogen, extrem, pervertiert. Und ja, da komme ich vom 2er ins 3er. Und je lieber man oder je mehr man sich nach dem Sehnsuchtsfeld gesehnt hat, umso schwerer fällt es dann halt, die Schattenseite zu sehen. Aber wenn man die sieht, dann relativiert es auch schon den Wunsch, unbedingt genau da hinzukommen. Ich merke gerade, Ungeduld hätte ich auch nehmen können. Auch gut, ja. Bis nächstes Mal. Und bei mir Geduld. Passt gut zusammen. So, und jetzt gehen wir der Lemniskate. Also wir sind jetzt hier runtergegangen. Der Weg war so, von Feld 1 hinauf ins Feld 2, dann hinunter in die Schattenseite, Feld 3. Und jetzt gehen wir ins Feld 4. Und das wäre sozusagen die erlöste Form oder die konstruktive Form von der Empfindlichkeit oder von der Überempfindlichkeit. Viele würden ja schon vielleicht sagen, dass die Empfindlichkeit an sich ja schon was sehr Gutes ist. Also du hast es jetzt da unten angesiedelt, weil es dich gestresst hat und weil auch die Eltern das immer wieder dir mitgeteilt haben. Aber an sich ist ja empfindlich oder sagen wir dann vielleicht Empfindsamkeit oder... Das hört sich dann auch schon anders an. Hört sich schon anders aus. Würdest du da schon zustimmen, dass wir die raufbringen, die Empfindsamkeit oder wenn du was anderes wählen willst? Ne, das ist gut. Da geht es halt um die Fähigkeit. Also im Feld 4 geht es immer um eine Fähigkeit. Während wir im Feld 1 oft eher den Mangel sehen, geht es hier um eine Fähigkeit. Und die Fähigkeit der Empathie, des sich einfühls. Fällt mir ganz so gerade ein, ja genau. Genau. Also auch wahrzunehmen, was du selber brauchst. Wenn du sehr empfindlich bist, heißt das ja, übersensible Menschen nehmen halt viel mehr wahr als andere Menschen, was ihnen schadet, was ihnen gut tut. Also wenn du eine Allergie hast oder Unverträglichkeiten hast, nimmst du mehr wahr als ein anderer, was dir gut tut oder was nicht. Andere ignorieren es halt oder können es leichter ignorieren. Dann wäre es sogar lebensrettend, wenn ich das frühzeitig merke, eventuell. Könnte lebensrettend sein. Zwingt dich allerdings auch ein bisschen natürlich auf dich zu hören. Was ja auch nicht schlecht. Bis dahin, es wird zu viel, dann können wir einen neuen Prozess anfangen, oder? Dann geht der neue Prozess weiter, genau, ja. Also hier vom Prozess her kann man sagen, dass die Felder 3 und 4 schwerer natürlich zu entdecken sind. Das 1er ist einem sehr bewusst, weil da lebt man drinnen. Also auch wenn es, sagen wir, negativ ist und destruktiv ist, ist es trotzdem ein Feld, was einem bewusst ist. Weil man hat das schon ewig, man kennt das, selbst wenn es nicht gut ist, unangenehm ist. Man lebt schon länger damit meistens. Auch mit dem Vorwurf, sich selbst gegenüber oder einem anderen gegenüber. Das kann man Jahre, Jahrzehnte durchhalten. Und somit ist das Feld 1 nicht nur ein Stressfeld, sondern auch ein Komfortfeld. Also weil man es kennt. Ja, es ist nicht angenehm, aber es ist mir bekannt. Und deswegen ist das Rausgehen aus dem Feld 1 manchmal schwierig und die Sehnsucht sehr groß, ins 2er zu kommen. Ob das realistisch ist, sieht man dann. Also wenn jemand das Feld 1 nicht auflösen kann, dann kann er auch ins Feld 2 versuchen zu gehen und fällt oft wieder ins Feld 1 zurück. Oder er landet in der destruktiven Seite des Feldes 3. Das ist auch so eine kleine Gefahr, die besteht, wenn man hier versucht, da rauszukommen. Und deswegen ist wichtig, dass man alle vier im Blick hat. Und genau, noch ganz kurz, bevor wir zu unseren Zuschauernfragen kommen. Was heißt das jetzt, wenn ich damit in der Mitte bin? Ja, das wäre jetzt auch noch wichtig, die Mitte einzuzeichnen. Vielleicht magst du da noch einmal, so wie im Buch, diese Lemniskate drüberlegen. Also die liegende 8. Genau so. Die steht als Symbol eben. Vielleicht darf ich das einmal jetzt kurz herzeigen, wie die Anja das gemacht hat mit der Lemniskate in der Mitte ihres Prozesses. Die Mitte steht eben dafür, dass du nach diesem Prozess, der ja jetzt noch weitergeht mit der energetischen Integration und dem Symbolisieren, dass du dann dich zu all diesen vier Seiten in einer mittigen Position befinden kannst oder lernst. Dass du sagen kannst, okay, ich kann sowohl die beiden konstruktiven Pole, die dann von der Mitte aus gesehen jetzt die oberen sind, die Empfindsamkeit, die Empathie, wie aber auch diese Stabilität gut leben. Ich lerne das gut zu leben, statt bisher vielleicht die Überempfindlichkeit und die starre oder den Stillstand. Also ich lerne einfach aus der Mitte heraus, die beiden gleichwertig zu sehen und auch zu leben. Und umgekehrt, und das ist auch wichtig und auch sicher im Sinn von Rüdiger und dem Schattenprinzip, einfach auch die Schattenseiten oder die dunklen Seiten oder die destruktiven Seiten trotzdem auch anzunehmen und hinzuschauen. Und auch einmal bewusst dort hineinzugehen. Auch in die starre kann man mal bewusst gehen. Auch der Stillstand ist manchmal ganz wichtig. Winter. Ja, steht dafür. Ja, genau. Also aus dieser mittigen Sicht einfach alle vier Seiten gleich, im Idealfall als gleichwertig ansehen zu können. Und auch die Entscheidungsfreiheit zu haben, wo gehe ich jetzt hin, bewusst. Schön. Danke. War echt nochmal aufschlussreich. Schön. Gut, dann schauen wir noch, welche Themen unsere Zuschauer uns geschickt haben. Die Stefanie hat geschrieben, ich würde gerne das Thema Schwachsein, Starksein anschauen. Starksein ist eine Überlebensstrategie aus einer gewaltvollen Kindheit. Schwachsein, Kontrolle abgeben, bedeutet Gefahr für mich. Ja, eine klare Zuordnung. Was ist gut, was ist schlecht? Jetzt von der Stefanie. Sie sagt, also sie hat ja vorhin gemacht, dass das Schwachsein nicht gutiert wurde, ist eigentlich sehr parallel zu dem, was wir jetzt miteinander gemacht haben. Das Starksein wäre wieder diese Stabilität und das Schwachsein ist vielleicht eben auch diese Übersensitivität oder so. Ja, eben. Ich glaube, wir können fast sagen, das war der Prozess jetzt, oder? Ein bisschen in die Richtung. Also. Was wir jetzt hier gemacht haben. Es geht, ja, es geht um die, also für sie war eben dieses, dieses, für sie war das Starksein, die Überlebensstrategie. So rum, ja, genau. Genau, so rum war es, ja. Für sie war das Starksein, die Überlebensstrategie. Also eigentlich andersrum als. Das heißt, aber trotzdem, was ist jetzt, der Stefanie müsste mir jetzt die Frage stellen, was ist jetzt der Stress, ja, wo liegt ihr persönliches Stressfeld? Liegt es jetzt darin, dass sie stark sein musste, ja, also sozusagen gegen ihren Willen, was hat machen müssen? Oder ist es das Schwachsein, ist es für sie das Schwachsein, das Negative, weil ihr schon so eingepläut worden ist, du musst stark sein, dass das Schwachsein das Negative ist. Und das hängt jetzt sehr davon ab, also ich kann das jetzt nicht generalisieren, wo man da loslegen würde. Wichtig ist herauszufinden, wo liegt der Stress. Und mit dem dann im linken unteren Feld beginnen und gleich überprüfen, ob das rechte obere Feld, dann der Gegenpol ist der angestrebt. Also Stefanie, bitte überlegen, wo ist dein Stress und wo möchtest du hin? Und mit dem im Feld 1 und 2 beginnen. So, was haben wir noch? Die Iris schreibt, was bedeutet es, wenn es mit der Fülle im Leben, Liebe, Geld, nicht klappt? Also ich bin ja kein Bedeutungsleser, sondern ich könnte die Iris fragen, oder würde die Iris fragen, was ist dein Stress? Ist dein Stress, dass du das Gegenteil von der Fülle erfährst? Also ich nehme an, dein Sehnsuchtsfeld, also das Feld 2 wäre die Fülle, dort möchtest du ja hin. Und dann wäre sozusagen dein Stressfeld, also ich interpretiere jetzt einfach einmal, wäre wahrscheinlich der Mangel. Und aus dem Mangel- und Fülle-Thema könnte man einen schönen Vier-Seiten-Prozess machen. Also man könnte jetzt ein bisschen, vielleicht wir zwei kurz noch nachdenken und der Iris helfen. Wenn wir sehen können, der Mangel wäre im Feld 1, die Fülle wäre im Feld 2, was könnte dann zur Fülle des Feld 3 sein? Also was könnte dann die destruktive Form von Fülle sein? Dazu stellt man sich die Frage, was ist extreme Fülle? Also einmal körperlich natürlich kann man sagen, extreme Fülle ist dann einfach überbordend oder ausufernd oder so. Und das Überfülltsein mit etwas lässt natürlich auch den Wunsch nach etwas oder das Streben nach etwas runter dimmen, weil ja alles übervoll vorhanden ist. Man kann sich vorstellen, es ist immer alles im Extrem, immer alles verfügbar. Jeder Wunsch erfüllt sich. Ich gehe raus und sage, ich möchte den Mann oder die Frau, ist schon da. Ich gehe raus und sage, ich brauche das Geld, ist schon da und so weiter. Wobei das natürlich jetzt echt schwierig ist zu sehen, wenn ich im Mangel bin, stelle ich mir auch gerade vor. Genau. Und der Mangel umgekehrt für die Iris jetzt, was ist sozusagen die konstruktive Form des Mangels, ist ja, dass noch was fehlt. Weil im Mangel heißt, es fehlt was. Das heißt, ich bin noch bestrebt, etwas zu erreichen. Ich bin noch neugierig. Ich bin noch motiviert. Ich muss schauen, dass ich mich schlau mache. Dass ich wohin komme. Dass ich eben sozusagen den Unterschied zwischen dem, was jetzt da ist und nicht da ist, in eine konstruktive Form bringe. Was lerne. Ich lerne natürlich im Mangel viel eher als in der Fülle. Wenn ich schon voll abgefüllt bin, ja, was soll denn da noch rein? Und wenn es noch Aufnahmefähigkeit gibt, dann kann da noch was rein. Also so würde ich sagen, kann man diese Mangel-Fülle-Thematik in die vier Seiten aufschlüsseln. Ich hoffe, das hat der Iris ein bisschen weitergeholfen. Das ist eigentlich jetzt nochmal so ein ähnliches Thema. Manuela schreibt, ich ziehe immer nur gebundene, wobei das ist, Oh, das ist, glaube ich, fast zu komplex für den Prozess. Ich ziehe mir immer nur gebundene Männer in mein Leben. Warum? Wie kann ich das ändern? Na, die Frage ist, ob sie stresst. Vermute ich. Na ja. Wenn sie es nicht regnet. Ach so. Weil mit einem gebundenen Mann hat man ja natürlich den Vorteil, dass er eben wegbleibt. Also, wenn ich ihn da haben will, dann bleibt weg, ist das natürlich stressig. Ja, na, wenn ich ihn haben will, nicht. Aber wenn ich jemand bin, der gerne mal seine Ruhe hat, dann ist das auch mal. Aber ich nehme an, es belastet sie, sonst hätte sie es uns ja nicht geschrieben, die Manuela. Also, sie möchte Bindung haben und der Stress ist wahrscheinlich die Ungebundenheit oder die Nichtverfügbarkeit oder das, was, wie könnte man sagen, der Stress wird sein, das nicht haben können. Genau. Oder eben der Mangel an der Nähe. Ja, das ist eigentlich, deswegen glaube ich, dass es so ähnlich ist. Ist so in der Art. Ja. Und dann eben zu überlegen, also die Manuela sollte eben links unten beginnen mit dem Stress. Der Stress wäre zum Beispiel, bekomme nicht, was ich will, ja, oder habe die Nähe nicht oder was immer und das müsste man in ein Wort bringen. Und der Gegenpol wäre dann eben das haben wollen oder die Erfüllung oder die Nähe oder was immer, da gibt es jetzt viele Begriffe und dann müsste man weiterschauen. Und das, was wir vorher gemacht haben mit Mangel und Fülle, geht vielleicht schon in die Richtung, ja. Mhm. So, dann haben wir noch eine Zuschauerfrage von der Sabine. Mein Mann und ich haben letztes Jahr geheiratet und viel zusammen unternommen. Er war recht ausgeglichen und entspannt. Jetzt steht er mehr unter Stress, Arbeit, Haus, alte Eltern. Er glaubt oft, er ist nicht gut genug. Kann ich etwas tun? Kann sie für ihn etwas tun? Ist vielleicht die Frage. Die Sabine beschreibt ja sehr ausführlich, wie es ihm geht. Bei den vier Seiten der Medaille geht es nur darum, wie es ihr geht. Also ich kann ja, wenn Sabine, wenn du jetzt im Coaching wärst, würden wir uns ausschließlich um dich kümmern. Und das bedeutet, dass du deine Haltung zu diesen Themen, zu dem Thema, dass er jetzt leidet oder dass er keine Zeit mehr hat oder sich nicht gut genug vorkommt. Und was löst es in dir aus? Um die Frage geht es. Was löst es in dir aus? Nicht wie geht es ihm, sondern was löst es in dir aus? Und das, was es in dir auslöst, ist dein Stressthema. Und mit dem Stressthema beginnen wir im Feld 1, gehen dann ins Feld 2, 3 und 4. Und dann kann sein, und das ist einfach nach dem Resonanzprinzip fast als sicher zu betrachten, dass wenn du dieses Stressthema in dir beginnst zu lösen, dass es sich auch in der Beziehung lösen wird. Manche Beziehungen lösen sich aber dann auch. Das ist halt die Schattenseite, auch von dem für sich selbst zu sorgen. Kann sein, aber oft genug passiert es, dass der andere, dass ein, der Rüdiger beschreibt es als Zylinder, ein Zylinder fängt wieder anzuspringen. Ich kümmere mich um mich, dann kümmere ich mich um den anderen, dann muss auch der sich um sich kümmern und dann kann er sich um mich kümmern. Aber anfangen muss ich mal bei mir selber, ist eigentlich auch die einzige Möglichkeit, wirklich gestaltend einzugreifen. Das war jetzt fast schon das Schlusswort, aber ein sehr passendes. Ich habe nämlich auch einen Satz aus dem Buch mir aufgeschrieben, naja, ist so ähnlich, nicht 100% passend zu dem, was du gesagt hast. Wer die Wirklichkeit ändern will, muss seine Wahrnehmung von ihr ändern. Wenn es so in unserem Buch steht, dann wird es wohl stehen. Und die vier Seiten der Medaille sind ja eine geniale Methode, um meine Wahrnehmung zu erweitern, letztlich. Ja. Toll. Ganz herzlichen Dank. Gerne, hast Spaß gemacht. Ich habe wieder viel gelernt. Ich hoffe, ihr zu Hause auch. Und ich hoffe, ihr macht jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter mit dem Prozess und konntet euch inspirieren lassen von unserem Prozess hier oder von meinem. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ganz lieben Dank, dass du zu uns gekommen bist. Sehr gerne. Und noch einen schönen Abend. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020